Ja komm, willst du nicht mal, ne, er will nicht schwingen, cool, und ich falle jetzt fast runter. Alter, echt jetzt. Uff, alter, war das knapp. Er wollte partout nicht schwingen eben, ne. Neko Mio. Ähm. Au. Ich hoffe da, ich hoffe da ist ein Checkpoint. Ja, da ist ein Checkpoint. Herzlichen Dank. Au. Ach, das Timing ist echt von Arsch, von meiner Seite aus. Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir hab's ihm gesagt. Smirgolf zählt. Schnell jetzt. Runter auf meinen Dappen. Sag mal. Was meint er denn mit, mein Schatz? Was soll das heißen? Das weiß ich auch nicht, mein Schatz. Aber wir hab's ihm gesagt. Ach, fallen lassen, ja. Da stehe. Kommt da noch einer, ja. Okay, so ist das gemeint. Ja, gut. Oh. Aua. Was meint er denn mit, mein Schatz? Was soll das heißen? Okay. Runter auf einen der Karten. Runter. Pass auf den Kopf auf. Ach. Cool. Au. Au. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. So, das müsste doch klappen, oder? Ach, du Schande. Was für ein Bull. Cool. Jetzt Mitte, oder? Ich meine, er könnte ja einfach im Karren reingehen und so. Oh, warte. Oh. I see. Ah, nee. Junge, 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 Junge. Ja, ich weiß. Geh nicht ins, geh nicht ins, geh nicht ins Licht, ja, ich weiß. Aua. Wir müssen von der Brücke. Was meint er damit, mein Schatz? Was soll das heißen? Ähm. Wir füttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben's ihm gesagt. Es ist mehr gut für uns. Wir sind glücklich. Zum Glück Checkpoints, ja. Ja. Ui. Ja. Aua. Wollte ich gerne, ging nicht. Er ist, er ist nicht gesprungen. Wir füttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol zählt es. Wir schwören. Sag mal. Aua. Wollte ich nicht, mein Schatz. Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben's ihm gesagt. Smirgol zählt es. Wir schwören. Alter, diese Wiederholung von diesem Satz. Immer und immer wieder geht einem Cent auf den Sack. Rechts von uns. Sauber. Aber nur der Cent. Vor allem, wie groß ist diese Scheißbrücke? Lauf, lauf. Wo ist sie? Ja, wir warten aber auf den nächsten. Wir warten aber auf den nächsten, Karin. Achso, warte mal. Auf die linke Seite. Ja, 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 ja. Ach ja. Äh, ich... Halt. Nicht in den Tunnel. Ach, das ist so gefährlich. Müssen von der Brücke runter. Oh. Echt. Wäre mir nicht aufgefallen. Das war doch jetzt das letzte Ende. Sie verfüttert uns an irgendein Tier. Warte. Da vorne. Geh nicht in den Tunnel, Schatz. Nicht in den Tunnel. Ach, das ist so gefährlich. Wir müssen von der Brücke runter. Spion. Hä? Woll ich vom Wagen runter? Oder... Oder wie ist das gedacht? Wahrscheinlich, oder? Da vorne. Uah. Pff. Geh nicht in den Tunnel, Schatz. Nicht in den Tunnel. Nicht ins Licht. Wir müssen von der Brücke runter. Aua. Wieso bin ich da jetzt kleben geblieben? Beim letzten Mal hat es doch auch funktioniert. Da. Au. Hä? Wieso bin ich tot, wenn ich auf der Brücke lande? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber warte. Da vorne. Das verstehe ich nicht. Geh nicht in den Tunnel, Schatz. Nicht in den Tunnel. So gefährlich. Wir müssen von der Brücke runter. Ha. Aber... Aber wie soll ich denn... Ich darf vom Wagen... Ich darf vom Wagen nicht runter? Also... Wenn ich hier runtergehe, bin ich tot? Hä? Aua. Wie haben sie sich denn das jetzt gedacht? Ja, das ist die richtige Frage. Was meint ihr damit, mein Schatz? Das ist richtig. Hä? What the... Geh nicht in den Tunnel, Schatz. Nicht in den Tunnel. Oh, zu gefährlich. Wir müssen von der Brücke runter. Hä? Wir sind auf beiden Seiten. Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Aber wir haben es ihm gesagt. Smirgolf zählt es. Wir schwören. Hä? Was soll ich denn da machen? Das erklär mir mal jemand. Oder soll ich einfach volle Kanne PS voran oder so? Geh nicht in den Tunnel, Schatz. Nicht in den Tunnel. Zu gefährlich. Wir müssen von der Brücke runter. Ich sehe ihn. Verstehe ich nicht. Was muss ich denn da machen? Hä? Was ist denn das für ein dummer Fugt? Sorry. Hallo. Oh, Alter. Oh. Ich bin bescheuert. Was meint er denn mit, mein Schatz? Was soll das heißen? Sie verfüttern uns an irgendein Tier. Warte. Da vorne. Geh nicht in den Tunnel, Schatz. Nicht in den Tunnel. Oh, so gefährlich. Wir müssen von der Brücke runter. Ich sehe ihn. Wie? Links und rechts sind Orks. Ich darf nicht vom Wagen runter. Was soll das heißen? Was ist das für ein Bullshit? Oh, ein Versuch noch an euch für heute. Entschuldigung. Was soll denn das? Verarschen kann ich mich alleine. Oder haben sie sich gedacht, ja hier ist das Spiel vorbei oder was? Ach, hier oben. Ah. Da oben. Oh, Alter. Echt jetzt. Oh, leck du. Oh. Ich krieg die Motten mit dem Spruch, ne? Jedes verfickte Mal. Langsam ist mal gut. Hallo, Spiel. Oh, halt doch. Gollum, halt die Fresse und halt dich fest, wenn ich es dir sage. Oh, ich raste gleich aus. Entschuldigung. Oh, die Kamera macht auch, was sie will, ne? Ja, ich weiß. So. Oh, Alter. So ein Dumpfug. Bis ich das geschnallt habe. Es tut mir leid. Wieso? Woll ich da hochrennen und dann wegspringen oder was? Ja. Okay. Ah, hallo. Cool. Geht nicht. Okay. Ja, cool. Oh, wehe. Da ist kein Checkpunkt da oben. Dann rast ich aus. Was soll das heißen? Oh, ihr wollt mich doch wohl trollen. Warum ist da kein Scheiß-Checkpunkt? Was soll das? Was ist das für ein dämliches Game Design? Ohne Scheiß. Wie kann man nach so einer Szene... Wie kannst du da oben keinen Checkpunkt hinsetzen? Was ist das? Was ist das für ein Dumpfug? Da oben gehört... Hier gehört ein Checkpunkt hin. Was ist das für ein Käse? Ohne Scheiß. Hier kommen wir auch nicht hoch. Und er macht auch keinen Rückwärtssprung. Warum auch immer. Was ist das für ein Dumpfug? Entschuldigung. Was ist das für ein... Absoluter Schwachsinn. Muss ich mir jetzt erst wieder einen Kopf zermatern, wie ich hier weiterkomme? Ja, cool. Cool, dass das mal so funktioniert hat, halbwegs. Nehme ich einfach mal A-Drücke anstatt X. Ah, so ein Blödsinn. Entschuldigung, ich reg mich gerade auf, zu Recht. Ich hab, wie gesagt, ich hab vorhin, hab ich das schon mal gesagt, das Spiel macht mir zu gewissen Teilen Spaß. Und ich hab, ich hab es auch bei Freunden und so teilweise echt verteidigt. Aber mittlerweile ist sie... Hab ich einen Kanal voll. Äh, Game Design aus der Hölle. Ich kann verstehen, warum einige Leute so abkotzen. Mittlerweile. Wir schaffen das. Ja. Wir können es schaffen. Aber ich hab's Spiel bezahlt, also... Will ich's auch spielen. So, wie's klingt. Alter, du willst mich doch verarschen. Was meint er damit, mein Schatz? Wer? Wollt das? Alter, wenn jetzt hier kein Checkpunkt gewesen wäre, dann wäre... Ich glaub, dann hätte ich ein Alt-E4 gemacht. Ohne Scheiß. Dann, dann, dann hätte ich das Spiel ausgemacht. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Boah. Wir können es schaffen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, cool. Also, nicht so lange anlaufen. Ich verstehe. Ich verfütter dich nicht. Halt die Fresse, Gollum. Es reicht. Man. So ein dumm... Blöden Schwachfug, ey. Alter. Ja, alter, Mordor ist zum Kotzen im Spiel. Alter, leck' ich. Du hast Kapitel 5 beendet. Der Verräter. Oh, Gandalf. Lange nicht gesehen. Also hast du ihn ermordet. Lieberheim, der Frau und der Freund. Krauses Licht quillt unsere Augen. Dein einziger Freund, wie mir scheint. Wie lautet sein Name? Deagol. Und es war Deagol, der den Ring fand. Dein kleines Frau und da. Das war unser Geburtstagsgeschenk. Das war's. Eine weitere Lüge. Alter Mann sollte sich vorsehen. Wir haben nun Freunde. Starke, ja mächtige Freunde. Und sie werden nicht nett sein wie wir. Nein, nicht nett. Ich bin nicht durch Gebirge und Wälder gewandert, um deinen Lügen zu lauschen. Sieh in die Flamme. Nein, grausamer Geist. Es brennt uns. Wir taten ihm nichts, mein Schatz. Er war unser Freund. Er waren nicht wir. Mein Schatz, nicht wir. Oh nein. Zurück im Schattengebirge. Kapitel 6. Die Spinne. Die Spinne. Der ist ein Schatz. Ja. Der ist ein Schatz. Der ist ein Schatz. Ein Schatz. Vogel ist zurück, ja. Vogel, du mich auch, Gollum. Alter. Ich wollte eine Stunde oder zwei aufnehmen. Jetzt sind es fast fünf. Oh Gott. Ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit auf einmal vorbei ging. Nochmal sorry für die ganzen Ausraster und Passagen zwischendurch, die wir immer und immer und immer und immer wieder, die Platte hängt ein bisschen, gespielt haben. Wie gesagt, ich habe es bis vor kurzem noch wirklich bei Freunden und so auch verteidigt. Mittlerweile da einige Passagen jetzt aus Mode raus. Hör mir auf, ey. Boah. Alter, nee. Nicht unbedingt auch spielerisch. Also nur mal kurz jetzt zu den Punkten ein kleiner Abriss. Wo das mit den Spinnen war scheiße hoch 10. Gerade diese Punkte sollst den Berg runterklettern an den Spinnen vorbei. Ich meine, ich habe einiges auch so gelöst in Anführungszeichen, wo ich dann durchgerannt bin, wo ich hätte wahrscheinlich schleichen müssen und, und, und. War wahrscheinlich anders gedacht. Aber gerade dieser eine Punkt kurz vor Ende, wo wir vor der Lava-Höhle waren, so runter und er ist einfach nicht bergab geklettert. Er hing irgendwo fest am Nichts. Aber wo wir ein großes Schwein gehabt haben, war jetzt auf dem Weg kurz voraus, kurz bevor wir den dicken, wie heißt er denn, den Namen vergessen, eingesammelt haben wieder. Wo wir so abgerutscht sind und dann das gerade so überlebt haben. Alter. Aber lange Rede, kurzer Unsinn. Viel zu lange. Ich wollte gar nicht so lange Gollum aufnehmen. Zwei Stunden maximal und jetzt sind es fast fünf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen und oder hören uns beim nächsten Mal bei Gollum. Aber vorzugsweise bei einem anderen Let's Play. Macht's gut. Bis dato. Reingehauen.